Ey, uns fehlen einfach nur noch 10 Subs und dann haben wir einfach die 1000 voll, oh mein Gott, ey, wenn wir das schaffen, wenn wir das schaffen, boah, ich meine, wir sind schon eine krank Community, aber wenn wir das schaffen, boah, das wäre krank, das wäre echt krank. Und da giftet Janis einfach nochmal 10 Subs, oh mein Gott, danke dir, danke dir, wir sind endlich 1000 Subs, wie krass sind wir bitte, wie krass, also, boah, krank, krank, krank. Schaffen wir die 1010 Subs, das wäre so krass. Mama, ähm, kannst du bitte, also ist gerade schlecht, ich streamen gerade, okay? Gucken da überhaupt Leute zu? Ja, da gucken Leute zu. Alles gut, ich räume nur eben den Kleiderschrank um. Nein, nein, brauchst du nicht, du brauchst jetzt nicht meinen Kleiderschrank ausräumen. Alles gut, alles gut, mach ich nachher. Ja, ja, bin gleich wieder weg. Kannst du jetzt bitte rausgehen? Die wievielte ist das jetzt schon? Ähm, das müsste die 32. sein, glaube ich, irgendwie sowas. Ey, ich, ich glaube, ich breche das gleich ab, ey. Okay, ich glaube, ich breche das gleich ab. Okay, gleich habe ich ihn. Wie geht es dir? Auch mir geht es ganz gut. Dein Internet ist nicht gut. Ach, doch, das müsste gehen. Also, bei mir wird alles gut angezeigt. Das müsste wo an dir reden. Hey, Chat, was geht? Willkommen zum Stream, yeah. Und man, die Webcam, die ist irgendwie... Irgendwie ist die schief. So. Na, nee, das ist auch nicht gerade besser. Also, ich meine, hier fehlt so viel. Warte. Oh, nee, nee, so. So. Na, die muss jetzt weiter nach oben. Oh, oh. Mensch. Hä, wäre die für mich fast runtergefallen. Hm. So ist gut. Ja, das ist doch gut. Yo, wie geht es euch, Chat? Ähm, na, vielleicht noch ein bisschen... Also, der macht eigentlich guten Content, also... Warum lassen die einen Foller da? Das ist Janis, das, 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 das... Nee. Nee. Das ist Janis, der, das, das, das Janis has... Wir brauchen nur noch 2000 Viewer, dann, äh... Machen wir, dann mache ich die Verlosung. Ähm, mir geht's gut, ja. Wie geht's dir? Ähm, ja, wir haben die 2000 Viewer. Ich würde sagen, wir können mit der Verlosung anfangen. Aber ich würde sagen, wir machen noch eine Runde, äh... Wir machen noch eine Runde... Was spielen wir? Wir spielen noch eine Runde Valorant und dann, äh, geht's los. Ein paar Sekunden später. So, jetzt können wir endlich mit der Verlosung anfangen und... Ah, Mist, ja, wir sind nur 1000 Viewer, ja. Dann, da müssen wir eben warten, dann müssen wir eben warten, bis, äh, 2000 da sind, weil... Ich will, ich will erst die Verlosung bei 2000 Viewer machen, weil wir, wir verlosen schon echt viel. Das muss man schon sagen. Das wäre ja sonst echt blöd, ne? Eine Ewigkeit später. Ah, wir sind jetzt 2000 Viewer. Ja, jetzt muss nur noch einer Bits donaten, dann, dann würde es eigentlich passen. Dann könnten wir jetzt mit der Verlosung anfangen. Drei Tage später. Der Stream ist leider zu Ende, müssen wir dann nächstes Mal machen. Die Verlosung hat dann einfach, also, ihr wolltet ja nicht, also, ich, ich wollte das, kann man nicht sagen. Dann, bis zum nächsten Mal. Können wir mal eben sagen, wie hobbylos... Ich bitte bin. Freunde, das war es jetzt auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand die Idee auf jeden Fall sehr cool. Mir kamen auch ein paar Momente schon sehr bekannt vor. Like und Abo. Würde mich natürlich unheimlich freuen und würde mich momentan sehr, sehr helfen. Denn, nun ja, wir sind kurz vor den 400. Aber jetzt würde ich auch sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich schon drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.